Ja, komm, mach da fertig, bitte. Nein, nicht zu mir. Boah, hat er gelitten. Aber ich hab ihn ausgekontert und pin ihn mal einfach auf Langeweile. Trotzdem bin ich noch der, der am wenigsten angeschlagen wurde. So. Dann kommt er nicht raus. LOL, hat er da einfach... Ist Matt Hardy ein Arschloch. Ah, das wusste ich ja schon vorher. So, komm. Me! Boah, ich bin gleich rot am Körper, ey. Ha! Like a Prover. Aber die Kommentatoren wiederholen sich. Gibt es nicht. Boah, ey, ich greife ihn dreimal, ne. Und er schlägt mich einmal. So, hier, in die Eier, bitte. Korbomb. Ah, er kontert, ey, wie behindert. Einfach auf den Kopf wenigstens. Sie sind auch wieder sehr schlau. Es ist zwar auf eine, oder wat? Okay, jetzt bin ich rot. Ja. Er pinnt mich! Ne, er wird nix. Er pinnt mich. Er glitten. Oh, nein. 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 Weg. Macht euch fertig, genau. Pin ihn, genau, bitte. Boah. Komm. Bitte. Er soll weg sein. Ja, komm. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Einmal so. Und jetzt hier. Er traumatic, oder was das ist. One. Two. Nicht flischenhauen. Ja, gut. So, jetzt muss ich bloß noch ihn fertig machen. Nein, 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 nein. Okay, das war. Das war eindeutig. Ah, fuck. Er ist immer verloren. Ah, man kann nicht immer gewinnen. Na, Leute. Schon scheiße. Nur weil er noch ein Finish irgendwie hat. Oh, mein Gott, das war's. Das war's. Ich kann mich nicht erinnern, die letzte Mal, dass ich so ein Match wie das gesehen habe. Ja. Ich bin glücklich, dass ich nicht auf den nächsten Jahrhundert gehen muss. Ja. Na ja, passiert, passiert. Spreichern. ok wie viel geld habe ich zu wenig nächsten match nächsten match komm ich will wieder gewinnen so was geht hier ab was passiert oh Gott ich werde angegriffen oh Stacey Claver Hey, was machst du hier? Das ist die Womens-Locker-Rumme Hey, das kennen wir irgendwoher Oh man, ich bin wirklich entschuldigt, ich habe noch nicht bemerkt Ja, ich kann lesen, ich habe Augen, du weißt, und ich... Ok, hm Wer war der erste? Ich würde sagen, du bist jetzt bemerkt Huuuui Ok, was passiert jetzt? Das kommt bestimmt zu uns Ich hoffe schon, dass, ähm, Männer und Frauen und Kleiderraum genau wie ihr sehen Oh, ich denke, du hast die falsche Runde gemacht, das ist der Manns-Locker-Rumme Ja, aber du weißt, dass die Runde ist fairer Spiel Ja Du siehst ziemlich aufgewacht Du wirst niemals gewinnen heute mit so viel Tension Komm hier und schieb einen Moment Wir Musik Kann bestimmt ein的 Lao Auch das editor Oh, nicht Sieh sich jetzt aus oder was? Neee Sie massiert uns Legt sie auf und drauf Auf drauf oder etwa Und die Fans jubeln alle Kann ich überspringen ich weiß ich nicht bin ich hinten drin Oh nein, mit Homo Was ist das? Really? Good Das ist doch nicht Stacey Kleiber, Entschuldigung. Was ist Sable? Wie ihr lesen konntet, so. Äh, Angelo ringte den gegen Chuck Palumbo. Normale Regeln? Okay, geht klar. Oh, aber sie ist so hoho. Das ist auch noch. Jung auf Samuritz. Da haben wir alles. Ähm, du kannst deinem Gegner sehen, wenn du deine Gegner verletzt hast. Wenn du deine Gegner verletzt hast, dann kannst du ihn. Und wenn du kennst, die Situation braucht für den Verletzter. Äh, Holt? Ähm, okay. So geht das. Oh, ne, die scheiß Dings. Muss ich drücken. Bam. Oh, nu. Ja, ich kann sofort nicht. Jetzt kriegt er wieder hin, garantiert. Ja, aufverkackt. Okay, jetzt hab ich noch mal eine Chance. Komm, Franz. Oh Gott. Du kriegst da hin. Naja. More Power, ja. Ja. So, komm bestimmt, äh, Stable, ähm, rein irgendwann. Bin mir nicht ganz sicher. Komm. Ah, ne, noch nicht. Ah, ne, noch nicht. Ich wollte wieder ein Schiri kaputt machen, aber... ...macht man ja nicht. Boah. Boah. So. So, das ist verkackt würde ich sagen, wa? Wieso lagst du jetzt auf einmal wieder? Ah, warum ist in der Kamera, Dings? Boah. Boah. So, one. Ach so, Rope Break. Wieso, ich weiß nicht, bringt's aber, bringt aber egal. So, Powerbomb haben wir. So, Rope Break. So, ich weiß nicht, bringt's aber, bringt's aber egal. Oh, was machen wir jetzt? Achso, auf die Beine. Suck in die Eieres. Okay, machen wir folgendes. Oh, hat er Eiskalt gekontert. Okay, Road Break wieder. Das Seil bricht, haha. Und wie der erste Jump Supply Sprint. Obwohl es schon so eine relativ große Auswahl gibt an Attacken hier ist, aber irgendwie trotzdem. Jetzt hat es mich ganz schön langweilig, mir die gleichen Attacken zu sehen. Hmm, genau. Bringt nichts, abbrechen, so. Oh, der ist schon orange, finde ich gut. Wow, die die Tee, wahr? Ne, Bulldog. Wir haben ja gleich den Fehler. So, dann machen wir eben... Ich finde es ja voll, dann machen wir... Ähm... Machen wir... Wie heißt das? Äh, Frog Splash. Und dann soll das auch vorbei sein, hier. Hoffentlich. So, jetzt heben wir ihn eben hoch. Heben wir ihn eben hoch. Dann dahin. L1. Frog Splash. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, Satin. Hey Sable, if you know what's good for you. Okay, hi, Smatch gegen Batista bestimmt gleich. Oh, was soll ich mal ein Main Event mitkommen wo ich bisschen Kohle krieg? Ich brauche die Attributspunkte. Last week didn't turn out as well as I hoped, but I think I'll give you one more chance. Are you kidding? Get out of here, you creep. Listen, you'd better watch your mouth. I'm running out of patience with you. Ahem. The lady said no, and no means no. Get the hell out of here. What? Get the hell out of here. Oh, man. Wie mensch. Thanks for your help. Some guys just won't take no for an answer. Ja. Weeeeee. Sable! Sable! I was just about to tell that creep to take a hike too. Where's my kiss? Have to make sure there's no more chance of handling them. You should not go out of here at all. Oh, yes. Oh, yes. That was good. Okay, next time. Let's go. Alright, let's go. Okay. What do you think? Is here to go? ein kräftiger oh nein das war das falsche kann man das zweimal machen wir sollten den Stuhl holen runter, so, jetzt holen wir den Stuhl für sie denn jetzt so, jetzt fassen wir auf zack 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 bam ok er hat keinen Schaden genommen von diesen Schlägen die ich ihm gegeben habe boah alter hat der gelitten ich stehe jetzt die Kluft dann halt ab na, das sieht richtig cool aus ja trotzdem wieder runter sehr schlau boah gelitten ja ja geh weg geh weg der hat er weggemacht? weiß ich gar nicht mehr so so wir haben so ein bisschen schmuck schmuck schmuck